Servus, ich bin Albert Siebel, der Belegflieger von World Visitor. Wir hatten gestern unsere ersten Impftouristen in Moskau, die mit Sputnik 5 geimpft worden sind. Alles Relevante dazu findest du hier in diesem Video. Also bleibt dran! Jetzt ist es endlich geschafft. Die ersten unserer Touristen sind gestern in Moskau mit Sputnik 5 gegen Corona geimpft worden. Ich möchte mich als allererstes bei denen bedanken, die sich bereit erklärt haben, in der Pressegruppe mitzufliegen und mit Journalisten Interviews zu geben, sich filmen zu lassen. Also ihr habt einiges mitgemacht und dafür möchte ich mich ganz ganz herzlich bei euch bedanken. Für alle anderen, die in Zukunft reisen, ihr reist natürlich alle inkognito, also diesen riesen Presserummel, den wir jetzt hier bei der ersten Reise hatten, den habt ihr selbstverständlich nicht. Los ging es am Frankfurter Flughafen beim Check-in von Aeroflot, Flug SU-2657, non-stop von Frankfurt nach Moskau. Am Flughafen wurden schon die ersten Interviews gemacht. Hier seht ihr Sven Eschner mit seinem Vater, der als Risikopatient eingestuft ist, aber sein Sohn, das Sven, mit 19 Jahren vielleicht erst einmal im Herbst, wenn überhaupt dieses Jahr mit der Impfung noch dran kommt. Interview mit Galileo, werdet ihr in Kürze auf ProSieben sehen. Der Flieger, eine Boeing 777 mit über 400 Sitzplätzen, war fast komplett ausgebucht. Jetzt nicht nur mit Gästen von uns, aber war proppe voll. Am Flughafen in Moskau hat dann das Reiseleiter-Team von World Visitor auf unsere Impftouristen gewartet. Der Flug kam extrem pünktlich an und am Flughafen hat uns dann Presse erwartet ohne Ende. Hier unser Büroleiter Hans Blank im Interview und viele weitere Journalisten, die sofort unsere Impftouristen interviewen wollten und nicht länger warten wollten. Danach ging es ins Novotel nach Moskau mit einem herrlichen Blick über die Stadt. Enno Lenze, der betreibt in Berlin dieses Mauerfallmuseum Berlin Story, solltet ihr euch unbedingt mal anschauen, wenn ihr in Berlin seid. Der hat sich ein Fünf-Sterne-Hotel geleistet und wurde dann in der Früh vom französischen Fernsehsender Fros Dö in der Limousine abgeholt und in das Novotel gebracht zum Impftermin. Die Privatklinik hat sich dann entschlossen, ein mobiles Impfzentrum im Novotel einzurichten. Weil der Presseantrag, der war so hoch, das hätte die Privatklinik gar nicht leisten können, wenn sich da knapp 50, 60 Leute in der Privatklinik auf einmal aufgehalten hätten. Ihr seht das hier, was da los war. Ganz hinten links unser Enno Lenze mit nacktem Oberkörper und die ganzen Reporter drumherum und filmend ist. Hier seht ihr einen unserer Gäste mit dem Übersetzer beim PCR-Test. Hier das gleiche noch einmal. Ich glaube, das ist der Sven Eschner mit seinem Vater, wenn ich mich nicht irre. Danach wurde der Impfstoff Sputnik V vorgestellt und auf Spritzen aufgezogen, damit unsere ersten Gäste damit geimpft werden konnten. Einer der ersten war unser Thomas Waller, der sich hier medienwirksam Spritzen hat lassen. Jeder Geimpfte hat dann zum Schluss noch ein Impfzertifikat auf Russisch und Englisch erhalten, damit die Impfung auch später nachgewiesen werden kann. Hier seht ihr den Rechtsanwalt Heinz-Gerd Pinkernell aus Hamburg in einem Interview mit dem ARD, welches dann unter anderem in den Tagesthemen abends ausgestrahlt wurde. Ich habe euch unten auch dann die ganzen Presseberichte und Fernsehsendungen, die bisher erschienen sind, habe ich euch unten mit verlinkt. Hier seht ihr jetzt unseren Konten Nils Stegemann. Der hat bei uns nur den Impftermin gebucht. Also dieses sensationell künstliche Angebot für 399 Euro, bei dem du dir allerdings selbst alles organisieren musst. Du kriegst von uns nur die Einladung und den Arzttermin vereinbart und logischerweise die Beratung, welche Flüge du benutzen kannst, weil das ist nicht ganz einfach, und organisierst dir dann alles selbst, also mit 399 richtig günstiges Angebot. Und das hat Nils Stegemann hier gemacht. Und dann seht ihr auch mal, wie es ohne Presse abläuft. Also da geht ihr in die Privatklinik, habt ein eigenes Behandlungszimmer und werdet dort dann direkt vor Ort geimpft. Wenn auch du nicht länger auf deinen Impftermin warten willst, dann melde dich jetzt zu deiner Impfreise an. Musik Musik Musik